Armando Torres, Begegnungen mit dem Nagual, die Lehren unter die Masse bringen. Im Verlauf eines unserer Gespräche erzählte mir Carlos, dass die Alten und die Neuen Säher ungeachtet ihrer unterschiedlichen Auffassungen in einem Punkt übereinstimmten, die Notwendigkeit, das Wissen geheim zu halten. Die toltekische Sprache wurde in einen Wald aus Metaphern verwandelt, mithilfe derer fast alles in unzählige Wortkombinationen ausgedrückt werden konnte. Unter der Herrschaft der Toltegen versanken die präkolumbianischen Gesellschaften in einer wahren Flut von Ritualen, Techniken und geheimen Losungswörtern, anstatt die Zauberei zu stärken, schwächten sie sie. Einige Gruppen von Wissenden plagen sich auch heute noch mit der Last dieses Erbes und der dazugehörigen Geheimnistuerei herum, obwohl sie sich Mühe geben, sie abzuschütteln. Ich fragte ihn, warum Zauberer ihr Wissen überhaupt verbergen wollten. Er antwortete, dass jeder Zyklus von Sähern seine eigenen Gründe dafür hatte. Die alten Säher verstanden durchaus, dass sie vergänglich waren. Doch durch die verführerische Idee des Überlebens der Bewusstheit ließen sie sich korrumpieren. Das Ergebnis war, dass sie sich wichtig vorkamen und in ein Gefühl der Exklusivität abglitten. Sie waren genau wie die Pyramiden, die sie bauten, deutlich sichtbar und überaus anziehend, sowie gleichzeitig geheimnisumwittert und unerreichbar. Sie hielten normale Menschen für unwürdig und dumm und hielten sich von ihnen fern. Gleichzeitig kamen sie nicht ohne Gefolgschaft aus. Dieser Widerspruch führte zu langen Kriegen um die Kontrolle über ihre Anhängerscharen sowie zur Zerstörung von sehr viel echtem Wissen. Die eigene Wichtigkeit und ihre unerfreulichen Begleiterscheinungen wie Geheimniskrämerei und Exklusivität wurden von der Fixierung des Montagepunktes unterstützt. Aus diesem Grund etablierten die alten Säher rigide Traditionen, um ein Maximum an Stabilität in ihren Gesellschaften zu gewährleisten. Ihr eigentliches Wissen um den Geist vermischte sich so mehr und mehr mit ihrem Streben nach vergänglicher Macht. Die neuen Säher stellten all dies ein und gaben der Beweglichkeit des Montagepunktes höchste Priorität. Sie beobachteten, dass die Geheimniskrämerei keinerlei Sinn mehr machte, sobald sich dieser Punkt verschob, weil es im Bereich der Energie keine festen Grenzen zwischen bewussten Wesen gibt. Deshalb stand für sie im Vordergrund, sich von allen Spekulationen zu befreien und der praktischen Seite des Weges den Vorzug zu geben. Doch sehr schnell wurden sie mit der bitteren Seite der Realität konfrontiert. Die normalen Menschen verstanden sie nicht. Sie hatten Angst vor ihnen und töteten sie, wenn sie ihrer habhaft werden konnten. Die Geheimniskrämerei der neuen Säher hatte also nichts mit dem Überlegenheitsgefühl ihrer Vorgänger zu tun. Sie hatte strategische Gründe, denn sie mussten sich vor der Verfolgung durch ihre Mitmenschen schützen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Strategie der neuen Säher trotz ihrer moralisch einwandfreien Motivation im Laufe der Zeit dennoch dieselben Auswirkungen hatte wie die Arroganz der alten Säher. Die jahrhundertelange Geheimniskrämerei führte dazu, dass ihre ganze Energie in das Verstecken des Wissens floss und es endete damit, dass sie vergaßen, was sie eigentlich verstecken wollten. Heutzutage ändert sich die Modalität der Zeit sehr schnell und etwas in der Welt der Zauberer hat sich mit ihr geändert. Etwas, womit niemand gerechnet hatte. Die Art und Weise, wie Lehren weitergegeben werden. Die heutigen Naguals müssen neue Wege für die Energie finden, selbst wenn das bedeutet, dass sie mit tief verwurzelten Traditionen brechen müssen. Warum ändert sich alles, wollte ich wissen. Weil die Umstände nicht mehr mit der Tradition vereinbar sind. Es gibt keine Grundlage mehr für die Geheimhaltung des Wissens. Es gibt zwar Menschen, welche die Enthüllungen des Wissens kritisieren, doch man wird heute deswegen nicht mehr umgebracht. Unter heutigen Umständen führt das Geheimhalten von Teilen des Wissens zu katastrophalen Folgen für die Ausrichtung der gesamten Zauberei, weil die geheim gehaltenen Teile in uns gären und als Futter für eine besonders tief sitzende eigene Wichtigkeit dienen. Meine erste Aufgabe als Nagual bestand darin, die Geheimnistuerei meiner Vorgänger zu beenden. Ein moderner Krieger wählt die Freiheit. Alles, was wir heute tun, ist, unseren Zuhörern die Möglichkeit zu geben, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Das hat zu einer außergewöhnlichen Situation geführt, die frühere Naguals nie erleben konnten. Die Freude, große Menschenmengen zu leeren. Der resultierende Masseneffekt ist unser Sicherheitsventil. Man kann den Verstand der Menschen täuschen, weil es nicht ihr eigener Verstand ist. Doch es ist unmöglich, die leuchtenden Körper von Hunderten oder Tausenden von Menschen zu täuschen, die sich gemeinschaftlich auf das Ziel der Freiheit ausrichten. Masse ist Energie und Energie gibt uns die Möglichkeit, die Stagnation der Aufmerksamkeit zu überwinden. Durch das kollektive Üben der magischen Bewegungen wurde ich Zeuge einer echten energetischen Manifestation auf der ganzen Welt. Und dann wird es nicht mehr so gut.